Hallo zusammen, wir sind hier am internationalen Flughafen Jakarta. Wir erwarten hier einen jungen Orangutan namens Taimur. Er kommt aus Kuwait. Es ist eine ziemlich tragische Geschichte, denn man hat ihn als Jungtier aus dem Land geschafft, natürlich illegal. Er ist dann verkauft worden und ganz zufällig, bei einer Polizeikontrolle, ist man dann auf ihn gestossen. Sein damaliger Eigentümer hat dann zum Verhör gegeben, dass er selber drogensüchtig ist und zwischendurch auch an Orangutan Drogen vorab erreicht hat. Seit bald einem Jahr ist der Orangutan im Zoo von Kuwait. Nach 10 Verhandlungsrunden hat die Boss Foundation geschafft, den Orangutan zurückzubringen. Der Veterinär hat jetzt gerade die Gute Nacht durchgebracht, und Taimur geht es gut. Er ist zwar geschwächt von der Reise, aber es war das Erwarte. Er wird jetzt am nächsten Mal durch das Tor gebracht, und dann geht es so schnell wie möglich auf Bogor. Dort wird zuerst nur zwei Wochen in Quarantäne kommen. Oh, das ist alles. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.